Na, wo ist denn? Da war ein bisschen Laufi. Ja, super! Ja, super! Mocht's ein Hupfel? Mocht's ein Hupfel jetzt zwar? Fluffy? Fluffy? Ja, wo ist er denn? Na, komm raus beim anderen Ausgang. Fluffy? Ja, was machst du denn da drin? Komm raus, komm! Moppa! Fluffy? Na, komm! Geht's raus, da habt's mal Plotze. Brauch's nicht diskutieren. So! Na, schau! Ja, was? Dann zeigst du mir, was du über... Na, ich muss ja einen Schritt machen. Kommst du ja nicht vorbei. Kommst du ja sonst nicht vorbei. Hä? Kleiner Mann. Wupp! Na, komm ja! Puppi! 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 Ja, Fluffy kommt. Hä? Das ist der Popo so dick. Das ist der Popo so dick. Was magst du denn für ein Blödsinn? Ich weiß nicht, wo so müde ich werde, ne? Wupp! Na, lustig ist er. Haben wir Blödsinn im Kopf, gell? Schatzile. Hm? Na, was denn? Hm? Ja, hallo? Hallo, meinst du?